Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer weiteren Kanalvorstellung. Ja heute geht es wieder los. Ich war jetzt die letzte Zeit ein bisschen im Urlaubsmodus, sag ich mal. Da habe ich ein bisschen mehr in dem Let's Player Kanal gemacht. Aber jetzt geht es wieder täglich weiter. 20 Uhr möchte ich immer wieder eine schöne Kanalvorstellung herausbringen. Ja heute, ich freue mich sehr diesen Kanal vorstellen zu dürfen. Auch ein Kumpel von mir, der viel mit uns arbeitet, viel auch mit so einem Let's Play mit dabei ist und so viel mal gequatscht wird und auch immer sehr lustig ist. Und zwar der gute Sgt. Möller Gaming. Yeah, ich freue mich echt. Und hier sieht man auch schon, finde ich gut. Hier, da bin ich dabei. Sehr geil. Gammaschack LP immer sehr, sehr geil. Dios und Gabags. Finde ich echt cool. Ja und jetzt zu diesem Kanal hier. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen helfen, dass ihr Leute auch mal hier vorbeischaut, weil er macht echt gute Videos, schöne Thumbnails und so. Aber darauf gehe ich gleich genauer ein. Gut, dann gehen wir mal auf Kanal Info und dann lese ich mal vor, was euch hier erwartet. Da haben wir 205 Abonnenten, 29.971 Aufrufe, Beitritt am 19.11.2013. Beschreibung. Let's Play, Commentary, Tutorials, Tipps, Tricks und mehr Gaming-Sachen findest du alles hier. Ich bin Sgt. Möller. Gaming ist mein Hobby und das will ich mit euch teilen. Du bekommst Tipps und Tricks, dass du es schaffst, dein Ziel locker und flockig zu erreichen. Wenn nicht, finden wir eine Lösung, wie du es schaffen kannst. Wenn ihr genauso Spaß am Gaming habt wie ich, seid ihr hier richtig? Hier steht der Spaß an oberster Stelle. Unter meinem Kommando läuft's. Uah! Das höre ich immer bei Navy Seals auch. Uah! Sauber. Alles klar, Uploadplan. Montag, Dragon Age, Origin, 13 Uhr. Dienstag, Mass Effect 3, 13 Uhr. Mittwoch, Alice Madness, 13 Uhr. Donnerstag ist noch nix. Freitag, Tomb Raider. Samstag, Borderlands 2. Ähm, da bin ich auch dabei. Ähm, Entschuldigung, Husten. Ne, sehr geil, Leute. Schaut's euch an. Sehr, sehr geiles Game. Zu viert. Macht sehr viel Spaß. Da ist auch noch der Gabax dabei. Und der Gamer Check AP. Ich. Und natürlich Sgt. Möller Gaming. Sehr schön. Details, Deutschland. Dann haben wir Links. Einmal drücken und freuen. Twitter, günstige Games, MMORG. Facebook-Page, Ask Me und Google+. Sehr, sehr nice. Dann gehen wir auf die Playlisten. Was haben wir denn hier so schönes? Da haben wir erstellte Playlists. Let's Play Borderlands 2. Arc Team. Sam Dinos. Let's Play Tomb Raider. Let's Play Dragon Age. Let's Play Alice Madness. Let's Play Mass Effect 3. Sehr, sehr schönes Spiel. Oh, Mass Effect ist göttlich. Sehr geil. Arc Tribe Wars. Dies und das. 15 Videos. Twills Evolution Gold Edition. Smite. Naruto. Oh Gott. So ein Japaner Zeug, oder? Naruto Shippuden. The Ultima Ninja Storm Revolution. Beendet sogar. Cool. Acht Parts. Tipps. Tricks für YouTuber. Auch sehr cool, Leute. Zieht euch das mal rein. Call of Duty. Sergeant Yu-Gi-Oh Decks. Sergeant Tipps und Tricks. Sehr, sehr geil. Mhm. Ja, wegen dem Naruto. Das sagt mir auf jeden Fall was. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesehen. Aber was genau. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ja, dann möchte ich doch mal gerne jetzt hier auf die Videos eingehen. Ihr seht schon vor 5 Stunden, vor 2 Tagen, vor 3 Tagen, vor 5 Tagen, vor 6 Tagen, vor 1 Woche. 2 Wochen, 2 Wochen, 2 Wochen, 2 Wochen, 3 Wochen. Also hier wird fleißig hochgeladen. Die Thumbnails macht ihr alle selber. Sehen immer sehr, sehr geil aus. Auch hier mit der Spielfigur noch drin. Das war beim Mass Effect auch so. Da haben wir es richtig geil. Der Shepard hat er immer richtig schön gemacht. Ich glaube, am Ende vom Video sieht er auch nochmal ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn das Spiel nochmal so klein dargestellt wird und wie es weitergeht und Namen. Und ah, sehr, sehr cool. Finde ich immer sehr schön gestaltet. Hier gibt es sich sehr viel Mühe. Deswegen auch hier. Ihr seht ja die Klicks. 14, 43 ist doch super. 2, 11, 10, 3, 5, 5, 2, 15. Und dann vor 2 Wochen 8 Klicks oder 9. Wie gesagt, wenn es euch doch gefällt, oder schaut mal rein und wenn es euch gefällt, dann bleibt hier. Klickt ein bisschen. Schaut euch das an. Er macht echt gute Videos. Kann man gar nichts zu sagen. Ihr habt ja immer schön Abwechslung. Schöne Thumbnails. Ihr seht schon. Äh, okay. Alles klar. Ähm. Ja. Golo mag keiner Ostern oder doch. Funny. Okay, sauber. Oh, Star Wars Battlefront. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Oh, ja. Ihr seht schon, hier habt ihr jede Menge Sachen. Hier habt ihr auf jeden Fall. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Schaut es euch doch auf jeden Fall mal an. Und dann könnt ihr ja, wenn es euch gefällt, äh, einen Daumen oben da lassen auf jeden Fall. Oder abonnieren natürlich. Ja, dann gehe ich mal auf die Übersichtsseite. Und dann würde ich doch gerne mal, also jetzt gehen wir mal alles durch. Da haben wir ein schönes Avatar-Bild. Das ist eher richtig cool mit den, mit den Augen, die rauskommen. Alles schwarz. Finde ich sehr geil. Dann das Banner. Sehr, sehr schön gemacht hier. Da sieht man direkt, was läuft. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Alles selbst gemacht. 100 Prozent. Unser Sword Gaming. Sehr, sehr schön. Da oben der Name nochmal mit drauf. Gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir natürlich hier Let's Play. Da haben wir direkt die Playlists hier. Dann haben wir hier, ach so, das sind alle Playlists. Dann haben wir eigene erstellt. Das sind alle nochmal aufgeteilt hier. Genau, hier kann man direkt drauf zugreifen. Wenn ihr sagt, ach, ich möchte Borderlands gucken. Zack, hier drauf. Dann geht es direkt ab. Und hier alle Videos. Und das sind immer die, die aktuell hochgekommen sind. Und ja, ich könnte jetzt zwar das Borderlands abmachen, da bin ich auch mit drin und so. Aber das wäre Werbung. Deswegen machen wir jetzt gleich gucken. Mal würde ich sagen, Dragon Age mal rein. Vor fünf Stunden hochgeladen. Dann habe ich den ersten Klick da mal gemacht. Und dann würde ich sagen, kriegen wir doch einen kleinen Einblick. Sieht sehr geil aus. Kann man gar nichts sagen. Auch hier das Subnail. Gabax. Der Onkel. Revaner. Und da unten der Sergeant Möller. Sehr cool. Ja, mir gefällt es sich gut. Und deswegen. Ich würde sagen, wir klicken mal jetzt kurz hier drauf. Aber ich mache das anders. Ich gehe das hier rüber. Und ich muss erst ein bisschen laden lassen. Ihr wisst ja, meine Internetleitung ist 1080p. Hauen wir auch drauf. Na, wenn, dann holen wir uns auch die tolle Qualität. Dann lasse ich das kurz ein bisschen laden. Dann gehe ich gleich nochmal auf die, äh, sagt man schnell die Beschreibung eingucken. Ob hier was steht. Lädt er denn jetzt? Anmerkung mache ich mal aus. Naja, mein, mein Internet ist wieder benutzt hier. Meine schönen Nachbarn. Die benutzen mich wieder. Wenn die drin sind im Internet. Ich weiß nicht, was die da machen. Ob die sich da Pornos runterladen oder so. Das dauert manchmal ewig. Abends so nach 23 Uhr. Ja, dann ist mein Internet übelst schnell. Aber davor? Ich weiß nicht. Hier bekommen wir einen kleinen Einblick von der dunklen Borut. Sehr schön. Hier kannst du mich finden. Steam. Facebook, Twitter. Ask me. Wenn, äh, mir einer was Gutes tun möchte. Hier, Stream Community, okay? Ihr wollt mich unterstützen, liken, teilen, kommentieren. Damit auch andere sich einen Eindruck verschaffen können. Unter mein Kommando läuft's. Uah. Uah. Ich kann das gar nicht nachsagen. Uah. Was sagt die Bundeswehr hier? Äh, Applaus, Applaus. Was für ein Schmaus? Nee, keine Ahnung. Ja, dann haben wir Kategorie Spiele. Standard-YouTube-Lizenz. Mein Gott. So, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ich würde so noch eine Minute einen Einblick kriegen, dass ihr das mal seht hier. Und ich hoffe doch, dass das lesen muss ich gleich zwischendurch. Jetzt haben wir bis hier 43 Sekunden. Ah, bis hier ist die Minute. Da warten wir noch, bis der Strich voll ist. Mein Internet hochleistungsvoll. Ah, müsste jetzt eigentlich klappen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal eine Minute Sachsen-Möller-Gaming an. Yes. Und los. Ich bin kein Narr, wenn ihr das meint. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich halte euch für prügend und potenziell gefährlich. Wenn ihr so vehement protestiert, muss ich wohl gar nicht fragen. Vieles an euch ist unklar. Und dennoch glaube ich. Wirklich? Ja, sieht ganz so aus. Das ist also eine der gefürchteten Hexen der Wildnis? Hexen der Wildnis? Das muss Morrigan euch erzählt haben. Sie liebt solche Geschichten, auch wenn sie es nicht zugibt. Oh, wie sie im Mondschein tanzt. Sie sind nicht wegen deiner wilden Geschichten hier, Mutter. Richtig, sondern wegen ihrer Verträge, stimmt's? Und bevor ihr schimpft, euer Siegel war schon kaputt. Ich habe sie gehütet. Ihr... Oh. Ihr habt sie gehütet? Warum denn... Ich mach mal ein bisschen vor, bis er mal was sagt, weil... Das ist natürlich normal im... Die Hübsche zeigt uns die Wehe. Das ist natürlich normal im Rollenspiel. Oh, also gut. Ich führe euch aus dem Wald heraus. Folgt mir. Dass die Charaktere da viel reden. Ja. Die Hübsche zeigt uns die Wehe. Okay. Ich saß schon jetzt, lass mich nicht hängen und red jetzt ein bisschen. Mal gucken, was ich jetzt auf die Suche kommt. Hä? Was sind wir denn jetzt? Äh... Dominik Brut, Kühlung... Ey, wo ist mein Zauberstab? Ja, wo dein Zauberstab ist, weiß ich nicht. So, quatsch ich erstmal mit dem Kopf. Der Mabari ist im Moment stabil. Ja, es sieht schon richtig gut. Das Problem ist halt klar. Rollenspiel, das wisst ihr selber. Da wird viel erzählt und so. Da bin ich auch immer ruhig. Das ist einfach so. Aber zwischendurch und so hat er... Er redet ja schon natürlich. Und wie gesagt, das ist ja bei anderen Games da wieder ein bisschen anders. Guckt euch mal Borderlands an oder schaut mal bei Mass Effect rein. Da ist ja natürlich viel mehr Action. Und, ähm... Ist schon echt geil. Ne, jetzt habe ich auch ein bisschen länger laufen lassen natürlich. Weil, ja, die haben ja wirklich viel gequatscht. Und da war jetzt auch nicht gerade so viel auftreten. Deswegen, ich denke mal, das ist in Ordnung. Ja, ich kann gar nichts anderes dazu sagen, als sehr geil hier. Sehr schöne Videos. Da kommt immer wieder fleißig was raus. Kanäle können wir mal ganz kurz gucken. Richtig schön. Hier sind Abos. Die hat er abonniert. Dann gehen wir mal auf Diskussion. Nochmal recht herzlichen vielen Dank für das tolle Intro. Ja, genau. Tolle Intros kann er auch machen. Also, ich weiß ja nicht, falls ihr mal Bedürfnisse habt. Also, könnt ihr gerne mal fragen. Wenn ihr ihn ein bisschen unterstützt, euch denkt mal, da sagt er nicht nein. Und, ähm... Wenn er dafür Zeit hat. Also, aber er macht auf jeden Fall richtig Gute. Das kann ich nur bestätigen. Ja, Kanäle, wo haben wir uns angeguckt? Ja, ich kann gar nichts anderes mehr sagen. Außer, mach weiter so. Hau schön fleißig Videos raus. Sieht immer sehr geil aus. Und ich freue mich natürlich auf die weitere Zeit. Ne, Borderlands 2. Da werden wir auf jeden Fall noch viel zocken. Arc sehen wir uns ja auch. Und, ach, da gibt es so viele geile Games noch. Und wir leben ja auch noch ein bisschen länger. Und deswegen, Leute. Wenn es euch gefällt, gebt hier einen Daumen hoch. Abonniert ihn. Schaut doch mal rein. Und, ähm... Wie gesagt. Dann ansonsten. Ich packe, ähm... Die Videobeschreibung. Also den Link zu seinem Kanal in die Beschreibung. Da könnt ihr dann reingehen. Dann könnt ihr direkt auf seinen Kanal zugreifen. Ansonsten haben wir noch eine Community. Da ist er auch drin. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen. Könnt da jederzeit reinkommen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ihn ein bisschen unterstützt. Ansonsten, äh... Wir sehen uns wieder morgen bei der nächsten Kanalvorstellung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Euer Rivano. Ciao.